Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Griefer Games News, Leute, ihr fragt euch, hä, auf welchem Platz sind wir hier? Auf meinem, Leute, und zwar auf meinem neuen Main-Account, weil mein Haupt-Account Black70 Crazy gehackt wurde. Ja, Leute, es ist ganz schön scheiße, dass der gehackt wurde, aber bitte schenken wir jetzt keine Spenden oder sowas, ich komme schon wieder von alleine auf die Beine. Und hier, mein neue Account heißt Black70 Crazy 2, also falls ihr mich mal in Game seht, könnt ihr mich gerne mal anschreiben, Leute. Ich habe keine Ahnung, wer mich gackt hat, ich will eigentlich nur noch meinen Haupt-Plot wieder auf CDB3 haben, das ist alles, was ich haben will. Hier, Leute, das ist alles, was ich haben will, dass mir das Griefer Games Team überschreibt, Leute, weil ja mein Main-Account gackt wurde. Wir haben ja auch noch beweisen, dass der Black70 Crazy-Account mir gehörte oder mir immer noch gehört, ich weiß es nicht. Aber dass ich auf jeden Fall Besitzer von diesem Account bin, von diesem Black70 Crazy, ich wurde halt bloß gehackt und dass mir dieser Stuff auch rechtmäßig zusteht, Leute. So, okay, jetzt kommen wir aber noch zu einer anderen Griefer Games Team, und zwar hat der liebe Graf Bonze an jeden Spieler 50.000 Dollar verteilt. Leute, das ist schon eine gewaltige Menge, und das hat er nicht noch mehrmals gemacht, er hat das ja auf mehreren CBC gemacht. Und zum Großteil hat er das natürlich auch abgebezahlt, aber er hat auch viel aus seinem eigenen Port-Money bezahlt. Ich finde, das ist eine sehr große Gitarre, Leute, ich war leider nicht bei diesem Money-Drop dabei, weil ich, ja, zu dem Zeitpunkt leider schon geackt wurde, und mir erstmal überlegt habe, ob ich überhaupt wieder anfange, und ob ich mir den Account jetzt neu kaufe. Auf jeden Fall, Leute, ähm, soll das nur ein kleines Infovideo sein, und es soll eine neue Ausgabe der Griefer Games News sein. Und ich werde euch jetzt mitnehmen, wie ich wieder auf Griefer Games auf die Beine komme, mit diesem Main-Account, mit dem neuen Account, aber ich hätte trotzdem halt gerne mein altes Plot zurück an das Griefer Games Team, falls es hier einer sieht, ähm, ich hätte gerne mein altes Plot zurück. Ich kann euch auch Beweise vorlegen, dass dieser Account mir gehört, Black70 Crazy, ich war halt bloß geackt. Zum Beispiel ist meine Teamspeak-Identität noch mit diesem Account verknüpft, weil ich da noch den Premium-Magen habe und sowas. Und ich habe auch mehrere Beweisaufnahmen, wo ich diesen Account tatsächlich benutze. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, das gerne ein Like da, abonniert mich nicht, bis zum nächsten Mal, ciao.